Hallo, ich heiße Emil Salzmann und spiele Fagott. Das Fagott ist ein Holzblasinstrument, wird hauptsächlich in der klassischen Musik verwendet, aber auch in der Blasmusik, in Pop, Rock und sogar in Jazz. Und für die, die kleiner und jünger sind, gibt es das Instrument auch in der Kleinerform. Da schaut es auch so aus. Damit ich einen Tonspieler kann, brauche ich eine Röhrle oder ein Mundstück. Das klingt auch so. Wenn ich keine Röhrle habe, klingt es auch so. Und wenn ich das Rufsteck ... ... dann klingt es so. Ich würde mich freuen, wenn sich ein paar fürs Fagotte interessieren. ... ... ... ... ... ...